John Cena in den Regen John Zeva 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 bin schon weg Set Roller Set Roller Das tut weh Ach ne, wenn ich das selber sag, tut mir der Kopf schon weh Das tut vorn und hinten weh Das habe ich anfangs auch immer gesagt, wo ich es nicht besser wusste Wenn man es dann ein paar mal hört, dann merkt man es sich auch Kommt man dann wieder ein solches Mal gucken Ja Kann man das verordnen? Aus Englisch haben wir Englisch Ne Marcel Enigma Marcel Enigma Marcel Enigma Marcel Enigma Ja, Marcel Enigma Marcel Enigma Das bist du einfach Du bist Aiden Englisch Punkt Der heilige Aiden Der heilige Aiden So, was geht? tschüss Weißt mal, wenn ich muss dir den Daumen gedrückt haben Hi Alex, es geht Wie lebt es бой ist? Heillige Aiden Hallo Alex Vielen Dank. Nein. Was ist überhaupt das Spiel? Was ist denn hier alles drin? Naja, der Loadbox, ja, die habe ich hier drin. Und hier ist auch Musik. Äh, tut man vom Spiel. Ich habe gar zu so keinen Dings. Ja, wenn dir nichts besseres dazu einfällt, warum nicht? Ich kann nicht entertainen. Ich kann höchstens Enten trainieren, aber Enten entertainen kann ich nicht. Und Alexa bliezt vorher den Scherkel mit der Wunder mit an. Ja, genau. Sie feuer dreifach hat mit Sascha auch noch. Ja, hier. Feuer mich an, du Blöde, sonst fliegst du raus. Ey. Immer. Immer. Man hört Liebe mit jedem Wort auf und sagt. Ey, wo ist mein Kaffee? Du liebes Mädchen. Hier. Was soll ich denn eigentlich stellen noch? Die Titel lasse ich selber. Was soll ich denn noch ändern? Scheiße. Ich fliege nicht auf dem Balkon, der fliegt über den Balkon. Ja eben, ich fliege über den Balkon, genau. Und da fällt mir ein. Und sie macht dann noch ein bisschen Schiss auf ihn drauf. Wiii. Genau. Und unten dann nochmal DDT. Das könnte gar nicht mal so ungeil sein. Ja ja, das nächste Mal, wenn ich sie sehe, mach ich's mal. Mal gucken, was passiert. Wenn der auf sich springt. Aber wenn der über ihren Knien auf sich drauf rum springt, naja. Das ist nicht geil, glaub ich. Das könnte wehtun. Ja. Ah. Man steckt halt ein. Hauptsache. Egal. Tu mir weh, Lexi. Tu mir weh, Lexi. Beiß mich, kratz mich, schweiß mich an die Wand. Schweiß mich vom Balkon. Schweiß mich vom Balkon. Ich hoffe mal, dass der Balkon nicht so hoch ist. Ja nö, wenn sie mich hier runter wirft, kein Problem, ist ja nicht hoch. Ja, bei mir also nicht so schlimm. Kann sie mich nicht runter werfen. Kannst du mich höchstens hoch werfen. Kann ich hier oben beim Balkon meiner Eltern reingehen. Reinkriechen. Hier kriegst du mich nicht. Pfff. Klinge jetzt oben bei meinen Eltern. Ach fuck. Lass. Oh, Alexi, bist du so special. Habe ich das jetzt hier alles? Nein. Dann spring ich freiwillig vor dem Balkon. Hahahaha. 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 So läuft das. Erst schmeißt du mich hoch und dann schmeißt du mich wieder runter. Hahahaha. 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 So und nicht anders. Hahahaha. 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 Jetzt spiele ich erstmal vorne, dann werde ich von einem gekehlt was rumläuft. Das stimmt ja nicht. Hahahaha. Hahahaha. Ich bin dein Held. Ich werde dein Held sein. Er muss oft schon sehr gut angestellt. Hahahaha. Jaa. Hahahaha. Wohin? Bitte hör auf damit. Du willst Du singen? Wo steigt man aus? Ich weiß es ehrlich gesagt selber aber nicht. Ahoi. Hahahaha. Keiner hat nur die Idee, komm irgendwo müssen wir hin. Du wer bist zu groß oder wo ist du ein Idee gehst? Leksi schmeißt dich von Balkon zu Balkon. irgendwie muss man das ganze am laufen halten war wie muss die beziehung ja funktionieren wie viele landen hier mindestens 3-4 wie muss man die beziehung am laufen halten hatte ich auch der halb ist halt real genau der halb ist halt real es gibt einen grund warum ich den hier reingeholt habe irgendwie muss sich zuschauer unterhalten ein alles wunderbar ich habe keine ahnung was ich mache ich komme weh wenn du sagst ich habe migräne weil ich mich sehne sie habe ich ja ewig nicht gehört ja ich glaube ich der einzige der nicht singt wollen ich alles nicht sehen wir wollen nicht dass du siehst so stimmt jetzt möchte ich was von dir sehen hallo ehrlich ich bin tot du bist tot eh hey genau aber glaube ich hängt es bitte an mir oder was und die zwei ach verdammt Marcel, kannst du irgendwie näher ranlanden, den Laptop oder so, weil du bist der leiseste. Leu, seid ihr jetzt alle schon tot oder was? Ja. Sie sind bei Steamy 6 gelandet. Hm. Das sind irgendwie 4-5. Ja. Okay, ich muss jetzt den Laptop kommen, in Höhe zu spielen, damit ich über mein Höhe gucken kann, damit ich über mein Höhe spielen kann und wieder sehen kann. Juhu! Juhu! Wieso bist du am Laptop, Marcel? Weil ja kein, vielleicht kein anderer DC hat. Aber ich glaube auch besser so. Ich habe dich wo abgeklebt. Juhu! 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 Und heute Abend! Ah, bin ich Kopfweh! Ich habe jetzt schon Kopfweh! Jetzt ist ja auch Abend! Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, schon Abend. Du willst also nicht mehr vorbeikommen und nicht hier... Ah! Nein, will ich nicht, Marcel! Mach! Nichts! Ich muss jetzt mal rein! Ich muss jetzt mal rein, einmal weg! Ja! Ah, Mann! Insel! 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 Achso, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Ich hatte jetzt locker 5, 6 Kleidersymbole. Und wir haben anscheinend Leute aus der Arsch der Welt da in der Runde. Weil ich habe bei mir, bei den Ping habe ich einen 130er. Okay. Deswegen hat es. Ich habe bei mir oben einen X. Ja. Ich habe wieder diese komischen Raketen gefunden. Ach, die Flaschenraketen? Oben neben unseren Namen habe ich dieses Internet-Symbol, das man so kennt. Da ist ein rotes X. Ja, alles gut. Das Ganze in Einstellung hineinstellen. Reicht, die hat sich mit dem Scheiß weg. Also wir haben eine grüne Maschinengewehr. Da muss ich auch mal entspannen. Genau, ich muss mich auch mal entspannen. Deswegen gehe ich baden in Fortnite. Ach, der ist in meiner Insel. Ist ja geil. Wer? Der hier, du. Ja, du. Ich habe gerade deinen Namen vergessen. Es tut mir leid. Ja, musst du dir nicht merken. Ist unwichtig. Ich habe gerade den Namen vom Schuhe vergessen. Ist absolut nicht wichtig. Ja, okay, wenn das so ist. Kommt der Name im Test vor? Was für ein Test? Im Stress-Test oder was? Oh, nee. Ich weiß nicht, ob ich den Stressstand halte, vielleicht. Keine Ahnung, ich habe es einfach so genannt. Ja. Du hast es schon mal vor Jahren so einen Stream gemacht, der so lang war. Ich hatte auch 24 Stunden Streams zu gemacht. Dann haben wir da, glaube ich, auch mal einen Sander gemacht. Und Malik hat 28 Stunden. Sander Hunter, ja, genau. Und ich kann mich noch an den Song Voyager live, den wir erinnern. Das waren, glaube ich, maximal 8 Stunden, glaube ich. Das hat aber auch geschlaucht gegen Ende. Ja. Das war ja damals noch Anniversary. Ich habe ja gemacht. Ja, seit vorhin hast du nur 12 Stunden, noch du gehen 24 Stunden. Die schaffe ich demnächst nicht mehr. Ich habe die früher mal gemacht, aber inzwischen mache ich die nicht mehr. Er macht es kaputt, ich wollte da dran gehen. Geht's nennen. Komm, 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 wir spielen bei dir, komm. Christian, Christian. Oh, zu erfrieden. Hui. Ich sage jetzt nichts dazu. Komm, mach mich, du Spielverderber. Wir sind in der Tone. Einmal mit Profis arbeiten. Ey. Arschloch. Ich bin mal kurz am Handy dabei. Einmal Profis, du hier da. Hier hast du Profis. Boah. Oh, 100 Cent, you. Oh. Super. Handy, halt deine Schnauze. Bleib hier liegen. Fortnite, die Parodie, das Spiel. Die Parodie, das Spiel ist ne reizte Parodie. Hier. Nadalala, ich tanze immer zu dir. Ich hab noch eine goldene Kuh, das ist ein Kuh. Oh, ich bin mal zu dir. Pff. Das ist das Gescheu. Das ist E-Mode. Wir sind... Oh, mein Gott. oh mein gott du willst mich angeln versuch doch mal mit einem spruch vielleicht funktioniert es würde die ganze zeit auf der linie rum sieht man niemanden ist klar lassen scheiß bald und liegen Ich mach da, ich schimpfe da jetzt ruhig hin. Hast du übrigens die XP-Münsche, die nehm ich mir mal bitte. Wenn ich mal was... Die hier. Wo bist du hier? Hier war eine. Achso, ne. Richtig. Na, die auch. Okay, danke für den Walser, den hab ich schon gehabt. Hast du gut gemacht? Bedanke mich. Dankeschön. Danke. 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 Machen wir kein Boot hier. Schwimmen, das ist gesünder. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann schwimmen wie ein Hammer. Dann lernst du es. Ich weite aber tiefer. Und heute habe ich Rücken nicht. Habe ich Rücken? Das ist doch gut. Das ist doch gut. So geht's geil. So geht's geil. Bist du Hörstschwimmer oder was? Ich hab Rücken. Das sind welche? Das ist doch Rücken. Wo sind welche? Wo sind welche? Wo ich mach's. Wo ich mach's. Gut, dann geht ihr schon mal rüber, ne? Oh, ja, ja. Ja, hallo? Tep macht den Delfin, ja. Ich mach den Delfin. Was machst du denn? Du willst hin? Wo ist der Streamer jetzt? Ich geh doch nicht allein auf die Insel. Hallo, mitkommen. Ich bin doch da. Ja. Ja, du, aber die anderen. Die pimmeln gleich wieder rum. Dann hier. Hey, ihr Pfeifen. Kommt mal her, ja, ja. Wo sind die? War darauf rumzupimmeln. Die hatten sich da oben eingeballt. Müssten wir gegen die kämpfen oder können wir auch an den vorbeilaufen? Wie? 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 Hier ist ein Boot. Direkt vor der Nase. Ja, super. Das ist das, was auf dem Campingwagen braucht. Oder steht das immer? Hier ist noch ein Ball. Geil. Christ, du hast hier. Ja, jetzt kannst du mal raus. Ach nee! Chris, hier, fang. Jetzt warte doch, mal! Ey! Wenn jetzt irgendeiner uns sieht, wir gehen mit dem Ball auf dem Raketen. Ja eben! Was? Wuii! Ich muss sagen, aber er hat ja richtig gerne Musik. Das stimmt, was war das? Wuii! Also der Ball gibt von mir 10 von 10 Punkten. Das kann ab nächster Season noch lustiger werden. Also kommen größere Ballen? Nee, da soll doch ihr Fortnite eine neue Engine bekommen, die Chaos Engine. Wie die hessen. Okay. Das heißt... Ah, okay, wir... Ja, ich glaube, so wie die Zone sich zusammenzieht, können wir hier bläumen. Ja. Ja. Wuii! Ich glaube, wir wollen Fortnite rumarbeiten, weil die Gegner zu blöd zum Eilen sind. Ja, ich gewinne ja jetzt diese Runde. Hahaha! Ja, ey! Wir spielen hier mit dem Strand Ball, weißt du... Jetzt schießt jemand. Es ist... Uns wurde gerade gesniperrt im Boot. Ja. Ich sag doch, die Hocken da oben. Bro. Ja, ja, hier schießt jemand. Aha, da drüben. Da schwimmt einer, da springt einer, kommt hier rüber oder wo will der hin? Neee? Die anderen sind sie gegenüber. Etwas. Die hier, Nordosten. Genau. Ja. Ja, ich seh. Nee, das war inzwischen. Ach. Nee, kein bisschen. Ah, dahin auch der Insel ist er verbinden. Dahin auch er geschwommen. Das Problem ist, wenn die am Schwanzenzimmerkanonen kommen. Das war... Das war... Das war hoffentlich. Ich hoffe, dass er... Ich hab ja gesagt, warum tust du sowas aber... Ja. Das ist... Das ist... Alles klar? Okay, okay. Ja, die... Nein, ist nicht klar. Nix hat mich gesnipert. Wer kommt eh noch her? Ja, der würde mich wahrscheinlich für die machen. Du schützt jetzt nie. Sein Ernst. Christian! Die Snipern! Das ist alles, was die machen. Der ist hier eh noch am Strand, aber ich seh den nicht. Ups. Ja, die machen wir irgendwo ab. Es ist gut. Ich glaub, die haben sich ungewohnt. Was? 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 Oh, hier fällt die Mauer. Ja. Oh, da hat die Schildsrake. Das ist das wenigstens der Sniper. Aber wir haben das nicht. Also ich hab die Schildskader. Hm. Doch nicht. Doch. Wir gucken alle in dieselbe Richtung und von rechts können sie kommen. Ich guck mal in rechts. Soll ich das grad irgendwie auf dem Strand gekämpft dazu? Besser vorne auf unserer Seite. Hm. Wir machen das hier. Wir sind Profis. Ja. Oberprofis. Genau. Wir sind Oberprofis. Oberprofis sind wir. Ich hab so die Chipmark-Insel im Blick, aber ich seh da keinen. Auf dem Boden auf dem Boden geht. Auf dem Boden geht's um den Boden. Auf dem Boden geht's um den Boden geht's um den Boden he制her. Ja! Was ist das eine Schildkunde? Ich hab so den Boden tut. Ich hab' wieder mit'n Brot. Kommen mit'n Brot her! Achtung! Ja! Das Brot kommt! Ich werde da noch ein Sniper auf die Legewuppen. Oh, das ist ein Scheißjahr. Wollte ich was gemacht? Aua. 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 Was ist denn der? Ich weiß nicht wie der Ehe ist. Ui ich hab das Boot gesprengt. Ich versuch zurück. Der kommt her. Jaja. Der ist weg. Den hab ich weggeranzt. Aber drüben von den einzelnen Sniperen definitiv noch einer. Naja. Nicht viel Muni. Alles gut. Scheiße. Hä? Geil. Geil. Also die Sniperen immer noch auf mich. Wo bist du? Oh da unten. Äh. Winten. Äh. Nein nein komm nicht rum. Marcel. Nein. Gut geht. Werf mich ins Gebüsch. Da sehen sie uns. Werf mich ins Gebüsch. Werf mich ins Gebüsch. Boah. Doch die sehen uns. Ich weiß schon warum ich keine Shooter spiele. Werf mich ins Gebüsch. Ich hör dir jetzt den Bach rein. Nein. Nein. Cat Noir. Achtung die kommen her. Die kommen her. Die kommen her. Füße von hier. Genau da wo du hinguckst. Zwei Stück auf jeden Fall. Vier. Fünf. Vier. Fünf. Oh nein. Freie. Ups. Ich hab mich selber gesprengt. Hilfe. Oh. Halt mich weg. Äh. Äh. Die haben grad selber zu tun. Hast du die. Hast du die. Basook. Oder hat Marcel die. Ich hab die nicht. Hier müsste was her haben. Heile ich mich selbst. Ich hab die. Geh weg. Ihr ist gut. Ich kann mich heilen. Bauen. Ich hab zwei Waffen. Ich kann Muni. Das ist super. Ein bisschen eh. Ein bisschen weiter. Mhm. Na wobei eigentlich. Geht eigentlich noch. Im Wasser. Warte mal. Warte mal. Ich spreche. Warte mal. Es sind nur noch fünf Leute. Das heißt da ist noch ein Einzelner. Wir haben die ganze Zeit auf dieser Insel rumgemacht. Die vier neun Leute. Ja aber vier musst du ja abziehen. Weil das die vier sind ja vier. Eben. Also fünf sind insgesamt noch ein Einzelner Minimum. Also das sind noch ein Freer und noch ein Freier. Ja aber wir haben so das äh. Floss braucht noch nicht hier bei uns. Gute halt. Gute halt. Der Container. Das sind. Okay die hier sind zu dritt. Das heißt wir haben noch ein Zweier. Und gegen die fighten sich gerade anscheinend. Nee. Ja auch nicht. Du selber. Ja du selber glaub ich. Geil. Füße von vorne. Hab einen genockt. Genockt. Du hast ja auch die Sniper. Hat er doch getroffen. Ja. Warte mal. Oh. Ah. Tschüssi. Da ist aber noch einer unter dem Steg hier. Vor dem Steinten. Äh. Wir müssen ein Stück weiter nach vorne. Der Storben wird. Die verstecken sich. Da bin ich im Blick. Hier. Da sind noch frei. Da hab ich. Ja. Ja. Der z Państwälder. Der zili. Der. Kann ich eh vergessen. Die glauben man nicht versuch es. Der sauber. Das sind diecik. Ich sehe gar nichts. Oh. War das alles? Dahinten. Dahinten. Egal. boah platz 3, was? platz 3? das heißt das wollen wir noch bei 1 die haben auch einen kill gemacht, ohne scheiß du bist mal was macht das ok aber dritter, ey dritter du mal hin und das obwohl wir voll mit dem ball gespielt haben also, also wir haben den video bereits, wir haben mit dem ball gespielt ja und wir haben eine paar schöne kills dabei gemacht und heute abend bin ich bald ich versuch das gerade sogar nebenbei selber mit aufzunehmen, mal sehen ob sie ihn haut weil wir jetzt halt nie gemacht haben, da waren so coole hunden dabei ich werde mich jetzt hier unfixt hier regelmäßig zu streamen, hier fortnite oder so du spielst das so oft, du könntest das machen das wirst du bestimmt nie in deinem ganzen leben du küsst auch mal nach rein das ist ein kapitel einzeln versuch man komm wir dahin ja ui ui 5 ich komm kein spruch von chris, da gehört er auch hin unter die brücke Den fand ich jetzt zu, 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 äh, äh, zu schlecht. Den fand ich jetzt zu schlecht. Ich land hier. Obwohl, unter der Brücke ist eigentlich was ganz Geiges. Du kannst ja dort leben, von mir aus. Aber du bist hier. Oh, nee, ich, 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 ich leb nicht gern unter der Brücke. Aber der Rückweg, der ist verdammt weit. Bis, warte, warte. Auf, auf was? Du musst dich immer wöhnen. Warum soll ich das? Weil es jetzt da ist. Nee, nee, okay, lassen wir das. Nee, nee, okay. Ja gut, dann müssen wir in die Zone laufen. Sollte da, ich, bitte, ich, bitte, ich hoffe, da ist ein Bolt. Da ist ein Bod in der Insel. Bod in der Insel. Hast du den gefunden, oder was? Ach, Moment, ich komm, ich, ich zeig doch nicht mal. Eppa! Wer hat das hier so abgesperrt, der war so scheiße drauf. Du? Du bist ein Blut in den Weg, oder? Schrott in der Lefauhung in der Lefauhung oder was? Was ist das? Obwohl, eine Sache hat das ja jetzt positiv, hier gibt es wohl keine Gegner. Niemand war so blöd hier zu landen außer uns. Oh Gott. Ich hab den. Du musst immer den vorfällig. Oh Gott. Vor allem, ich frag mich immer noch, wenn die hier COD mit der inslaufen. Aufs Korn nehmen. Ja, die heißt ja COD. COD. Okay. So, den haben wir noch. 1,30. Super. Seid ihr bereit? Oder habt ihr noch Krieg vor euch? Naja, ich hab den Snipe und eine Pumpe. Wenn es nach mir geht, können wir. Ich nehme auf die Zube an. Mh. Mh. Uti. Komm her, Baby. Ja, ich schließe dich, Baby. Ja, ich schließe dich, Baby. Oh, die geile Socke. Ich weiß, wie du gehst. Christian, bremst. Hab ich schon immer getan. Der ist ja nie so. Klagfertig. Riech. Ich muss gleich. Ich muss gleich. Du sollst nicht das Wort. Schlagfertig. Du sollst gleich. Du sollst gleich dasária. Ja. Aber jetzt komm. Bitte mal was. Schlagfertig. Ja, das will ich. Da drüben. Im Haus da. Äh. Komma, ey! Es gibt keinen Schatz. Ey! In der letzten Lunde wurde mit Bällen gespielt, hier mit Raketen. Und dann schießen wir unseren Gegner nicht ab. Chris, wenn du den Sturm besiehst, ich schieß den Sturm ab. Ich schieß gleich dich ab, aber das bringt mir im Endeffekt nichts. Der Sturm kommt! Oh Gott, ich hab jetzt eine schöne Schnapszahl erreicht. 2-2-2. Oh Gott, schnell wissen wir bitte. Oh Gott, sehr schnell. Ich glaub, wir sind tot. Das ist ja das Problem! Das Problem ist, ich hab hier auf dem Weg nicht so viel Wasserfall zu. Hui! Jaros. Wie du das? Nee. Die Waden. Ich hab hier nach von dort zu erteile. Und die Waden Actualität. Nee, ich hab hier jetzt noch nicht gelangen. Und das sind die Anzeile. Und das ist die Anzeile. Das ist zu tun. ich hab nix zu reden mach das auf dem boot, mach das auf dem boot, das hab ich gesehen auch noch hab ich doch mal gemacht, hab ich gebraucht wie war das gerade mit fahren so wenn ich im sterben bin, dann fahre ich nicht was eierst du hier rum ich glaub chris, wir müssen gleich alleine weiter fahren genau, weil die beiden jetzt nämlich vom boot fallen ja, bis ja, sicher nicht komm, ich kann nicht mehr fahren, ey, das ist so ruhig oh mein Gott, die werden alle sterben ich sitz hier bloß auf dem boot und warte, dass wir ins ziel kommen oh, ich hab keine ich hab nichts mehr zum heilen komm, noch ein stück, noch ein stück noch ein stück noch ein stück da gehst du das, da gehst du das ich bin hier äh ja es ist aber ein medikindes drin ich bin zum thema medikindes ja 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 naja ist von sich das schaltermaure ja irgendwie schön war im Wasser von Schogulen Giraffe ja was ja Und mein Knie juckt Naja, ich bin wohl immer der für eine Scheiße schießt Der hat einfach auch weh Das ist ein Bot, der stimmt gegen den Strom Naja, okay Der treibt mich ja schon wieder, mein Gott Ich bin nicht eingestiegen, der ist ja Ich weiß nicht, wir sind von einem Bot getötet worden Mann, wie blöd der ist, was macht denn das? Oh Mann Ich schwimm gegen den Strom Ich schwimm gegen den Strom Ich schwimm gegen den Strom So Chris, wir müssen in Team spielen In Team In Team müssen wir spielen Wir müssen in Team spielen, nicht da auch vor Wir müssen Nee, das geht nicht Genau Und wenn der Stream aus ist Weil sonst wird mein Stream nämlich gesperrt Siehe TNA Impact Genau wie die TNA, ich wollt's grad sagen Irgendwelche Probleme Irgendwelche Probleme Okay Guck mal, dass der Kart nicht da aus ist Guck mal, dass der Kart nicht da aus ist Guck mal, dass der Kart nicht da aus ist Wir leben Eins Zwei Zwei Zwei, drei Leute sehen Wir werden sterben Zwei 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 Yaz Zwei Die Zwei 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 wieder schießen einer von denen ist schon mal weg ja 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 weit ja so aus zwei Wochen ja das war ich für den ist doch nicht der einzige ich schieße die Hose weg der ist gut, der war auf jeden Fall gut der war innovativ den kannte ich noch nicht ich hatte Minis für uns und alle Michael Hi Marcel ich habe hier auch noch einen Mini ja ich habe noch vier Stück was ist ein Mini-Rock? nie sowas habe ich nicht ja das würde mich auch wundern Mini-Rock es ist total heiß bei dir aus nein um Himmels Willen nein aber bei meinen drattigen Kampfbein wird es auch heiß du solltest besser kein Mini-Rock tragen ich habe schon nicht für Wurzeln wir haben Kills getragen ja Kai sag einfach nichts dazu besser ist es also kann man nichts mehr sagen wieder Maschinenpettone ich bin so wettlich Ansichtssache ich habe sie nicht ich habe mich immer noch für die anderen beiden Typen zu ich habe mich immer noch für die anderen beiden Typen zu mit habe der war dass er sein Verhalten war nicht Gott mäßig mach dir doch ich suche eine Kiste ich weiß nicht wo sie ist ich höre ja nichts ich habe ein Soundchen leer aufm Ohr irgendwo ist hier doch eine Kiste die angezeigt wird ich habe mir das Symbol ich habe über mir das Symbol ja da war eine Kiste mach 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 schick ich höre ja nichts warte wir machen das jetzt ganz einfach Maschinenpistole wir haben es den Gegenstand in den Umkreis von zusammen im K季 UNTERGÖRT die haben uns den gegen die umkreis von 500.000 ich habe es das oder kommst du her und kannst du bei uns weg ja gute idee absolut was für ein Lens Ich hab schon einen Schlimmer Sniper Ich auch Ne hab ich gar nicht Leute, kennt ihr das hier schon? Hab ich schon gesammelt, was für ne Quest Kannst du das mitnehmen? Was würdest du machen, wenn du es kannst? Ich glaub, mehr ist hier nicht so Nee Erdmorsch Ist alles cool Wir haben noch relativ Puffer Ja, wir haben noch mehr als genug Ja, sieht noch gut aus Oh, wieder die Bushaltestelle Oh mein Gott, ich werde scheuer es hier Jetzt haben wir ein Bushworten Wey, 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 was, was zur Hölle? Hat jemand den Raketenwerfer eingesammelt, den ich gepinkt hab? Ich nicht Wie kannst du so viele Level auf einmal aufsteigen? Ich glaub Marcel wollte den haben Ich hab mir jetzt den Raketenwerfer Weil ich hab Raketenkaiatwächer aufgesammelt Hm Ja, ich hab ja Raketenwerfer Okay, dann warte, dann gebe ich das mal Nein Ich hast die Was den Werfer hast? Ich hab mit drei Raketen Ja, dann hier Da landet der gleiche da landet der gleiche Da landet der gleiche Und da doch nocht ein Ballon Da doch nocht ein Ballon Oh ja, da kommt erst wo landen das ding aus dem baum die würde ich nehme ich bin jetzt gerade im fluss ob sie mir geht in dem die nächste zone und Und dann. Und dann. Komm, ruh näh. Ruh näh. Ruh näh. Ruh näh. Wir sind da. Wenn da ne Falle ist, dann ist die zu mir durch. ja das ist noch noch ja nicht mehr warum habe ich eigentlich schaden weiß ich nicht warum du schaden das kann sein ja das stimmt am anfang bin ich ja auch mal auf dem schornstein gelandet ja ich folge dir das sind doch mal ein paar viele ist das leider schön zum rein ich komme mit ein baum super da kann ja keiner sein Du hättest den Baum einfach kaputt, oh Marcel, mach den Baum kaputt Und jetzt rutscht alles gleich runter Wenn man dann einen Harbonierer gibt, hier Bitte, die lilanen kann niemand haben Aber das Ding hier sollte man wegmachen In the zone 3 Sekunden später sind wir tot Glaub ich, wie man oben ist, die Stelle aussieht Ne, aber da ist dort an der Stelle, wo normalerweise ein Tod ist, das ist weg Das heißt, da war definitiv jemand Was ist denn los, Jasmin? Ich renne schon vor und ihr steht auf dem Berg Ich bin doch immer bereit Ich soll ihn nur bewegen Da kommt geschwäten Pappenheim, oh Toll, da war die Docks in der Nähe, kommt noch ein Drop runter Und hinter uns wird geschossen Oh Gott, der Drop ist wahrscheinlich auf dem Berg da oben Ja, da ist der ganze Kram unten runter Hier ist noch Ah, hier ist ne Falle Ja Medikit kann ich nicht mehr aufnehmen, ich hab schon drei War da 36 dritt Da ist doch ein blauer Tank Da ist ne goldene Pistole unter dem Medikit Wenn ich das jetzt aufsammle, rutscht meine Waffe runter, nein Ich meine nicht Hm, Champi, wirst du nicht herkommen? Ich glaub das ist nicht Und Chesterbender Ja eben Aber jetzt kann er das Medikit nehmen Eben Chris, Alex fragt, ob noch was anderes kommt aus der Fortnite Ja, nachher kommt noch was anderes Ja, Fortnite will ich jetzt nicht die ganze Zeit spielen Ich glaub noch einiges nachher Ja, die ganze Nacht Ich denke mal Pokémon werde ich noch machen Und Wesley werde ich auch noch mal machen Also Bisschen was wird doch immer noch kommen Nach der Runde vor dann mach ich so so Erst mal ne Pause Und dann Seh ich weiter Können wir ja nicht, wir müssen in die Zone Aus dem Westen wird noch geschossen Aus dem Westen ist er nicht auf dem Osten Ha, ha, ha Dieser Spruch wäre eigentlich von mir gekommen Das kommst du Ne, das, das, ich komme jetzt nicht Ähm, ähm Da oben auf dem Berg laufen welche rum Ja und die Ballern mit denen, die schießen mit denen, die auf dem Boot sind unten Naja, aber die haben den perfekten High Ground also So weit könnte ich gar nicht snipern Obwohl ich ne Sniper hab Ne, das riskier ich nicht Wo sind die denn? Da oben auf dem Berg sind die F*** F*** Die sind gerade hingebracht Nein Wo sind die hier? Eine kommt runter Jetzt ist dahin noch ein Baum gesprungen Ja Die haben sich ja hingebracht Die sind runtergerutscht und dann Ziemlich schnell Die werden vom Osten angegriffen Los, los Also die, nicht wir, ist zu hoch Osten greift er immer an Von Westen Von den Rosen Jaja, ich sehs Ach Gott Ich glaub der ist ja lebt Der ist alleine Und die vom Berg sind die Person noch auf uns Also weil es halt bestand ist Ah, die bestand ist Das ist schon wieder ein PC Spieler Das ist egal Ich hab ihn Ich hab ihn Eben Was? Aus 229 Metern Hat er mir ein Headshot gegeben Obwohl ich ihm den Rücken zugeprägt hab Ist klar Ich hab sie Das bringt eh glaube ich nix mehr Ja Ich kann die Karte nicht aufrufen Ne Wo waren wir jetzt am Berg, ne? Ja, unten ist aber eh noch Und bei dem gebaut Jungs, Drohne Genau, eben Eben Wir müssen hier runter Also aufpassen Sie sind irgendwo unter deinem Browser Gut, dass ich mich noch helfe Ja Dort Genau dort Was ist denn? Pool Ja Das sind Ne, sorry aber Das sind Die haben aimiert Aber ja, das kannst du mir sagen So perfekt Ein Headshot Das hab ich auch noch nie so gemacht Aber okay Das hab ich auch noch nie so gemacht Aber okay Das sind nur noch zwei Gegner Was ihr könnt, können wir auch ey Mhm in die geschichte ich bin hier nicht weg mhm um hier im kopf ein kragen gerade ja die auch die auch links von dir links von dir hä der kam einfach rüber so schnell mhm du kiffst den fans du kiffst den fans so dann mach ich erstmal stream pause so